Matsyendra-Padmasana ist die Bezeichnung für eine Variation des Drehsitzes aus dem Lotus. Matsyendra-Padmasana heißt zum einen Drehung aus dem vollen Lotus, zum anderen ist aber Matsyendra-Padmasana auch die Bezeichnung für die Grundstellung von Matsyendra-Sana eben aus dem Lotus heraus. Kindra zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist Padmasana, der Lotus. Und natürlich kannst du diese Stellung nur machen, wenn du den Lotus beherrschst, wenn du den Lotus lernen willst. Auf unserer Internetseite gibt es viele Lotus-Vorübungen. Wenn du im Lotus bist, kannst du dann die linke Hand um das rechte Knie geben und die rechte Hand nach hinten geben, entweder Hand auf den Boden oder auch mit der rechten Hand hinter dem Rücken zum rechten Fuß hin. Und so bist du im Matsyendra-Padmasana. Matsyendra-Padmasana ist aber auch die Bezeichnung für den vollen Drehsitz. Und dazu kommt Kindra jetzt wieder aus der Stellung. Und angenommen, dein linker Fuß ist oberhalb des rechten Oberschenkels und auch oberhalb des linken Unterschenkels, dann hebst du jetzt das linke Knie höher und du gibst die rechte Ellbeuge um das linke Knie herum und du gibst die rechte Hand nach hinten und drehst dich nach links. Das ist Matsyendra-Padmasana oder eigentlich korrekt einfach Matsyendra-Sana oder Purna-Matsyendra-Sana, der volle Drehsitz. Der halbe Drehsitz, Ardha-Matsyendra-Sana, entsteht nämlich aus dem halben Lotus, das eben der Fuß unterhalb des Oberschenkels und der volle Drehsitz entsteht aus dem vollen Lotus, Padmasana. Ja, soweit also zu diesen Stellungen. Mehr zu Ardha-Matsyendra-Sana an allen Variationen findest du auf unserer Internetseite yoga-vidya.de und in der Yoga-Vidya-App. Und wenn es dir gefallen hat, klick doch schnell noch auf Daumen hoch, gefällt mir oder teile die Sendung mit anderen oder abonniere diesen YouTube-Kanal. Danke.